Jetzt die neue Halterung. Wo ist das alles? Jetzt schauen wir, wie lange die braucht zum Montieren. Das ist das Handy dazu. Normales Galaxy S3. Bügeln durch die Tasche ziehen, wie man sagt. Ich glaube, das ist wieder das Umdraht. So, jetzt schon. Wunderbar gefedert. Auch für einen Mountainbake-Einsatz geeignet. 12 Euro erhältlich. Super. Super.